Moin Leute! Herzlich Willkommen hier zurück auf den wunderschönen St. Calais. Von Calais den Ultramapper. Ja, ich konnte es nicht lassen. Tat mir in der Seele weh. Ich komme zu dem Hof. Die Mädels. Äh, ne, ne, ne. Das konnte ich mit meinem Gewissen nicht vereinbaren. Bin ich ja ganz ehrlich. Hätte ich hier den Weg gestellt, ne? Ich habe uns... Ich gebe eine Neuerung auf dem Hof. Die gucken wir uns nur an. Aber jetzt müssen wir irgendwie die Mädels hier zum Stall bringen. Ne, ich habe noch einen Schlüpper dazu gekauft. Weil wir den ja doch auf Dauer brauchen. Bis das hier läuft, ne? Was ist denn da vorne? Ne, jetzt läuft der da. Jetzt kann ich mich auch unterhalten. Seh. Ich habe noch einen Schlüpper dazu genommen. Da habe ich ihn noch drauf. Jetzt in der Sturm und Grenzhause. Bevor wir sonst noch zu kriegen, ne? Wir gucken uns mal an. Aber wie gesagt, jetzt gehen wir jetzt früher hier zum Mond. Wir müssen eigentlich auch noch ein bisschen Flosszilage ran übernehmen. Wir machen auch gar keinen Stress. Weißt du, ich bin da nur immer langgefahren. Weißt du, ob die Mädels da gesehen? Oder konnten wir mal nach unten. Das ist ganz ehrlich. Wir machen auch noch ein bisschen Flosszilage ran übernehmen. Wir haben jetzt schon mal geschickt. Wir haben jetzt schickt die vorne hier wieder in den Stall. Ich glaube, das ist ja nicht so. Hier ist es morgen. Jetzt wollen wir keinen T-Trigger drauf. Das ist ja zu viel zu weit gefahren, oder? Ey, da war doch... Ey, ey, ey! Danke! Hier ausholen. Wir müssen ja noch mal riechen. Nur eine Rutsche holen. Aber hier holen wir auch noch ziemlich mehr. Die anderen Tiere werden wir auch noch nach und nach holen. Dann wollen wir auch erst mal propfen. Damit wir jetzt das schon einfach laufen können. Ja. Aber sonst ist das... Das muss ich jetzt vorne machen. Das ist so nicht so chillig. Ich begrüße Yonda jetzt in der Hand. Ja, das ist nicht nur unser großer. Der Yonda in der 6G ist am Rube. Äh... Tiefen locker. Hier macht's einen Job. Hier müssen wir gleich die Höhe gehen. Ja, drehen müssen wir mal. Das ist ja noch schön. Jetzt mal kurz. Da ist alles ein Poetip. Ja, das ist alles Poetip. Roadtip. Nein! Wie gesagt, wie wir jetzt die Mädels uns in den Poetipo den kann. Ja, der Raum ist langweilig, der Kündertraum. Wir können hier im Sommer noch mal wieder rauskommen. Aber im Moment haben wir auch nicht die Futter mit den beiden Stellen zieht. Der Raum ist schon wichtig, dass das jetzt hier ist und das hier nicht läuft. Hier. Ausholen. Einladen. So, da haben wir einen Checker. Wer hat die denn da hingestellt, man? Ich werde den jetzt schon 35 Mal gehen. Okay. Schkrat. So, wo kommen wir jetzt erstmal in den Schiff an? Der andere kann man bleiben. Der andere kann man bleiben. Der muss eh an die drinnen. Das ist ja echt hoch. Der ist ja noch mal 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 hoch. Ich suche mal eine Korte im 22er, die dich anspricht, ne? Ich finde das vielleicht noch keine. Ich bin da ganz ehrlich, ich finde keine Korte. Das wird immer schwieriger. Entweder kennt man sie zu Genüge oder hat er keinen Bock drauf. Das wäre leider gut. So, du kannst mir eben hier stehen bleiben. Wir gucken mal eben, wo die Viecher so rein. Die müssten aber noch genug haben, ne? Ja, ja, ja. Guck mal, das läuft hier. Die sind älter, ne? 18, 18. Die müssen sich jetzt mal gesunden. Die müssen unbedingt drüber geformt werden. Ja, das läuft. Hier, unser neuer Schlepper. Ich habe mir ein 7er gegönnt, ne? Volle Motorradmotorisierung. Nicht, weil wir den brauchen, oder nicht, weil wir einen 7er brauchen, sondern aus dem ganz einfachen Grund. Der passt dann ins Projekt. Und deswegen habe ich den jetzt genommen. Weil wir haben hier viel einfach einen dritten Schlepper, ne? Hier mit Terminal und so, weißt du? Oh, du hast Automatik, ja. Mit Terminal und so, ne? Ich denke, er hat auch IC. Aber wir brauchen halt noch einen dritten Schlepper. Und er ist nicht schlecht gemacht. Hast du IC? Ja. Mach auf den Laden. Können die doch gut oder wer? Okay. Wie gesagt, wir brauchen halt oft doch noch einen leistungsstarken Schlepper. Und der John Deere ist eigentlich der Frontlader-Schlepper. Und ja, so für Tütearbeiten und hier und da und diesen. Sagen wir, wie es ist. Da kannst du halt deine Arbeiten dann so noch mitmachen. So wie jetzt drillen. Ist ein Vorteil, ne? Der andere ist am Tiefenlockern. Und ich wollte ihn eh mal testen. Na, hier passt der, ne? Muss auch noch kalgen. Dies und das. Aber ja auch noch Futter mit ihm zu rufen. So ein bisschen die Aussaat gestalten. Da wir die Direktsaat haben, müssen wir eh erst mal gucken. Ja, wir werden das beim Ölrettich testen, wie sich die Drille mit CP verhält. Die müssen wir leider noch selber sehen, ne? Aber dann mach ich so zwischendurch. Nein, das läuft schon. So, dann würde ich sagen, gib mir mal den Held. Ja, wir müssen erst mal hier miteinander. Das machen wir erst mal GPS. Das geht so schnell. GPS hat dich konfiguriert hier auf dem Schlepper. Ne, das ist ja irgendwo. Post hier. Automatisch breiten. Ne, das ist nur 3 Meter. 3 Meter. 3 Meter. Barpunkt setzen. Nochmal runter den Hommel. Vor mal ein paar Meter. Was wir da hinkriegen, ne? Ich glaube, wir können jetzt mal eben den B-Punkt setzen, ne? Äh, sehen, 2 schrauben wir jetzt einfach. Sehen, 2. Speichern. Als Klo. Nochmal an. Und wie hast du das wieder falsch konfiguriert? Könnt das sein? Kann's doch nicht sein, ne? Ich glaube, ich weiß, woanders liegt. Löschen. Löschen. Äh, Einstellung automatisch weitergehen. Ne, setzen. A-Punkt. Ich will's doch nicht so einfach mit dem GPS, ne? Wir setzen einen B-Punkt. Hast du jetzt die Breite? Oh ja, guck mal. Dann können wir das auch irgendwie fix speichern. Können den halt wieder ausmachen und loslegen. Guck mal, jetzt läuft der da auch, ne? GPS ist manchmal auch nicht. Mit 7 Segel, ne? Mal läuft's, mal läuft's nicht. Je nachdem, wie's grad Bock hat, ne? Ja. 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 Ich will's mal gucken, ob wir hier irgendwie eine Borde hinkriegen. So ungefähr. Machen wir wieder runter. Und da kann man halt mal was geben, ne? Ehrlich. Ganz ehrlich, hellisch. So, hier machen wir auch noch Raps. Die anderen wählen wir wohl eher Lötig anmachen. Die anderen Flecken, wo betreide drauf war, dass wir da im Frühjahr eine Bestellung hinkriegen. So viel Dichterzsorgen. Bis die sich erstmal gesunden können. Ich nehme zwar kein Winterweizen und so, dann müssen wir halt Sommerweizen sehen, ne? Anders wird's nicht laufen oder gehen können, ne? Also, ist nicht so einfach, ne? Muss man halt durch, als ruhig, ne? Wenn dann frisch finden wir uns. Wie gesagt, wir brauchen noch einen dritten Schlepper, einen Zweischlepper, ein Jahr kannst du spielen. Aber so wie im Herbst oder dann, wenn die Bestellung ist, es fehlt einfach ein Schlepper. Wir müssten eigentlich auch Walzen nachher. Tiere noch weiter versorgen, ne? Und deswegen ist das jetzt einfach so die beste Entscheidung gewesen, dass wir auch vernünftig vorankommen, ne? Muss man uns nichts vormachen. Äpfelzen muss man auch mal andere Wege gehen. Und wir haben halt auch ein John-Dia-Projekt, ne? Nicht nur hier C oder Fendt. So, dann machen wir auch mal wieder was anderes, ne? So war der Plan da runter. Ja, 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 hier auf der Wunde schön sein kann, ne? Ich hab noch kein Redefluss, tut mir leid. Ich bin noch etwas... Nicht so ganz auf der Höhe. Aber da trinken wir hin, ne? Wichtig ist jetzt, dass hier erstmal das Gemüse in den Boden kommt, dass wir hier vorankommen. So ist der Plan. Ich bin am Überlegen, ob ich die Frühling wieder mache. Weil ich finde keine andere mit, ne? Deswegen, aber ich weiß es noch nicht. Ich bin ganz ehrlich. Ich hab always überlegt, wieder in LS19 mal ein Projekt zu machen, aber... Oh, ne? Weiß ich auch nicht. Das ist ja auch immer so eine Sache, ne? LS19, ne? Da hab ich mir ein bisschen zu doll überspielt, ne? Obwohl ich da echt gute Mods hab, ne? Schlepper und so. Schau mal. Und Zeit kommt rad. Und das kann man es eh nicht machen, ne? Muss man ja ganz ehrlich sagen. Deswegen muss ich jetzt mal ein bisschen wieder... ...ein Rhythmus reinkriegen in meinem Videoprogramm. Mit Aufnehmen und so. Und dann ist das im Moment alles... ...wischen durcheinander. Dann hast du so viele Projekte an einem Teil. Und am nächsten Tag, ja... ...hast du dann irgendwie nichts oder so. Obwohl nichts ist ja auch nicht. Aber ich muss ja erstmal wieder... ...ein Rhythmus reinkriegen, dass man auch vernünftig arbeiten kann, ne? Das ist noch immer so einfacher. Oh, er hat so weit gefallen. Ja, aber das kriegen wir hin, liebe Leute. Ich sag erstmal danke fürs Zugucken, dass ihr hier, ne? Wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich ja echt über ein Däumchen freuen. Bin ich ja ganz ehrlich. Und wenn es euch gefallen hat, hier auf dem Chaos-Kanal... ...und ihr wollt nichts mehr verpassen, dann würde ich mich echt über ein Abo freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.